Nach langem Hin und Her entscheidet sich Bullenzüchter Siegfried bei »Bauer sucht Frau« endlich für eine seiner beiden Hofdamen. Doch dann tritt der 64-Jährige völlig übertrieben gegen die Unterlegene nach. Auf dem Hof von Bullenzüchter Siegfried im Odenwaldkreis kommt es in der aktuellen Dienstagsfolge von »Bauer sucht Frau«, RTL, zur Entscheidung zwischen den Hofdamen Simone und Patricia. Der 64-Jährige fühlt sich dazu gedrängt. »Ich habe gemerkt, dass ich eine Entscheidung treffen muss, weil die Stimmung zwischen den Mädels nicht mehr so toll ist«, sagt er. »Und das ist noch untertrieben.« Bauer sucht Frau, Siegfried tritt gegen Hofdame nach. Simone ist nicht gut auf ihre Widersacherin zu sprechen. Mich ärgert es schon, dass Patricia sich immer vordrängt und alles besser wissen will, beschwert sie sich. Beim gemeinsamen Ausmisten im Kuhstall stinkt es der selbstständigen Gebäudereinigern zudem gewaltig. Wenn man da mit der Heugabel in die Kuhscheiße reinsticht, kommt ein Geruch auf wie ein tausend faule Eier, stöhnt sie. Patricia antwortet trocken. Mich stört das nicht. Insgeheim freut sie sich sogar, dass Simone sich immer so mächtig ins Zeug legt und sogar Arbeit übernimmt, die nicht so viel Spaß macht, wie eben Mist schaufeln. Doch dann bittet der Bauer die beiden Frauen zu einer Aussprache. Simone ist ängstlich, denn sie hat sich schon ein bisschen verliebt, wie sie sagt. Siegfried erklärt, es tut mir unheimlich weh, jetzt jemandem eine Absage zu erteilen. Dann wendet er sich Simone zu. Simone, du hast einen unheimlich sympathischen Eindruck gemacht und mein Herz, das pumpert irgendwie und ich merke, das passt. Mir dir könnte ich mir das vorstellen. Nach der Abfuhr reißt Hofdame Patricia sofort ab. Der 64-Jährige fragt die neun Jahre jüngere Simone, ob sie es sich vorstellen kann, noch mehr Zeit allein mit ihm auf dem Hof zu verbringen. Der Hofdame schießen sofort die Tränen in den Augen. Mache ich, sagt sie, ich freue mich total, ich bin überwältigt. Für die verschmähte Patricia hat der Bauer nur noch wenige Worte übrig. Tut mir leid, aber mein Herz hat doch mehr für die Simone geschlagen, entgegnet Siegfried. Patricia trägt den Korb mit Fassung. Das ist völlig in Ordnung, sagt sie, ich würde dann aber jetzt auch gehen und euch zu zweit lassen.